Hallo, ich bin's, Blippi. Heute sind wir bei Amys Spielplatz in South Pasadena, California. Na los, wir lernen jetzt die Farben. Wow, es ist so cool hier. Wow, wow, man kann hier nicht weiter ohne seine Schuhe auszuziehen. Hier ist ein Schuh und hier sind zwei Schuhe. Hey, welche Farbe haben meine Schuhe? Sieht aus, als gäbe es hier blau, orange und weiß. Wuhu, los geht's. Wow, es ist so bunt hier. Wow, ich liebe es hier zu spielen. Oh, das ist ziemlich bunt. Schaut mal, das Auto hat die Farbe gelb und die Farbe rot. Ha, jetzt geht's los. Wie, wie, wow. Haha, wow, wow. Haha, biep, biep. Haha, so komisch. Oh, was ist hier drin? Wow, es ist so weich hier drin. Wow, wow. Hey, schaut mal. Biep, biep, biep. Diese Kiste hat so viele Farben. Haha, man kann so viele Farben benennen. Erkunden wir mal weiter. Wuhu. Wow, es ist ein Schloss. Lasst mich mal reingehen. Hallo. Hahaha, wow. Guckt mal. Wupp. Haha, dieser Ball hat die Farbe blau. Wow, hey. Hier ist noch einer. Wow, dieser Ball hatte die Farbe grün. Gut gemacht. Wow, hey. Boing. Wow, wiii. Wow, wow. Haha, wow. Das Schloss ist so groß. Wow, hallo da unten. Hey, hey, hey. Schaut mal diese Stufen an. Wow. Seht ihr die Farben? Schaut euch diese Farbe an. Welche Farbe ist das? Es ist die Farbe pink. Wow. Diese Farbe hier? Genau. Die gleiche Farbe wie die Geländer? Welche Farbe ist das? Genau. Die Farbe gelb. Wow. Und die hier? Haha, die haben wir schon gelernt. Das, das und das? Genau. Die haben alle die Farbe grün. Wartet mal. Keine Zeit zum Schlafen. Aber das ist ein bequemes Sofa. Seht ihr, welche Farbe es hat? Hm, das ist eine interessante Farbe. Diese Farbe ist die Farbe Türkis. Wow. Es ist ein bisschen wie blau und grün zusammengemischt. Wuhu. Haha, aber keine Zeit zum Schlafen. Es ist Zeit, herumzurollen. Wuhu. Wow. 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 Ich liebe es, herumzurollen. Haha. Es ist so lustig. Es ist so bunt. Ich glaub, die Luft ist hier raus. Hm. Wie blasen wir es wieder auf? Oh. Gleich hier. Wow. Das ist ein grüner Motor. Ja, genau. Das ist grün. Und gelb. Los geht's. Sauens. 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 Ja, eine ganze Zeit. Sauens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, jetzt geht's los! Wuhu! Wuhu! Genau! Hallo! Hey! Wuhu! 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 Wow! Wuhu! 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 Schaut euch mal das Spielzeug an. Oh, es ist so süß. Hallo. Hallo. Hey, wie geht's? So lustig. Welche Farben haben diese Dinosaurier? Genau, die haben die Farbe Lila und Pink. Wow. Wow, schaut mal. Oh, es ist ein Hubschrauber. Er hat meine zwei Lieblingsfarben. Genau. Welche Farbe hat der Hubschrauber? Genau, er hat zwei Farben. Blau und Orange. Wir legen das mal zurück und erkunden weiter. Wupp, 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 wuhu. Wow. Wiew, wiew, wiew. Haha, wow. Schaut mal das hellblaue Auto an. Wiew, wiew. Wow. Schaut mal das Auto. Dieses Auto sieht schnell aus. Wiew, 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 wiew. Wow. Wiew. Wuhu. Ich liebe es, mit euch Farben zu lernen. Haha. Wuhu. Wow. Wuhu. Hier zu spielen hat so viel Spaß gemacht. Auf Amy Spielplatz in South Pasadena, California. Ich hatte echt viel Spaß, mit euch heute Farben zu lernen. Hey, wie diese grüne Pflanze. Haha, das hat Spaß gemacht. So, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Schreibt ihr ihn mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Alles klar. Bis später. B-L-I-P-I. Los, kommt alle her. Lernen ist nicht schwer. B-L-I-P-I. B-L-I-P-I. Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. B-L-I-P-I.